Diese Woche diskutieren wir im Deutschen Bundestag über eine nationale Tourismusstrategie. Was ist das überhaupt und warum brauchen wir sowas? Wir haben große Herausforderungen für den Tourismus in Deutschland. Das ist ganz sicher der Klimawandel, das ist die Digitalisierung, das ist aber auch der Fachkräftemangel. Und Fragen der Mobilität spielen natürlich auch im Tourismus eine große Rolle. Deswegen ist es schlau, dass die Bundesregierung, nachdem sie jahrelang wenig gemacht hat in dieser Frage, jetzt sagt, wir wollen eine nationale Tourismusstrategie machen. Jetzt geht es darum, die richtigen Themen zu setzen für diese Strategie. Erstens, wir müssen darüber diskutieren, wie können wir unsere Destinationen fit machen, um den Klimawandel zu bewältigen. Zweitens, wir müssen darüber reden, wie können wir die Berufe im Tourismus wieder so attraktiv machen, dass auch junge Menschen sagen, ja, wir wollen im Tourismus mitarbeiten. Und drittens ist die Frage, wie kommen wir eigentlich in unsere Destinationen rein. Da ist die Krise bei der Bahn ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen stärker darüber nachdenken, wie kann die Bahn wieder deutlich attraktiver auch für touristisch Reisende werden, nicht nur für Geschäftsreisende. Und deswegen sind diese drei Punkte für mich ganz besonders wichtig.